Die Frage ist, ob es eine hinreichende Möglichkeit gab, dass eine Einweisung in eine psychiatrische Klinik Erkenntnisse erbracht hätte. Es geht darum herauszufinden, ob der Täter zum Tatzeitpunkt psychisch erkrankt war. Dies würde bedeuten, dass er nicht zurechnungsfähig war. In Berücksichtigung der bekannten Tatsachen bin ich überzeugt davon, dass die Möglichkeit besteht, dass der Angeklagte zum Tatzeitpunkt nicht schuldfähig war. I'm persuaded that the requirement of a reasonable possibility has been met. Angeklagte Angeklagte